Oh, wir bekommen aber viel Schaden durchs Fallen. Wo schießt der denn drauf? Haha, reitet er mit den Rentier rum? Fliegendes Rentier, ja, ist ja geil. Ha. Okay, das sind nur die Hirsche. Okay, da wären wir sowieso langgekommen. Gut. Leihstein. Ich hoffe, der verfolgt uns jetzt nicht zu weit. Aha. Wenn ihr in diesem Bereich bleibt, werdet ihr für den PvP-Kampf markiert. Das ist interessant. Und das ist das Pulverfass, in dem wir gehen gleich schon reich. Direkt ein Pulverfass. Ich schmeiß das einfach mal da rein. Okay. Dann bin ich jetzt als PvP markiert. Was ist das? Königswache, Königswache. Das ist ja auch interessant. Whisperwinds Zitadelle. Ich guck mal nach ganz oben. Hm. Eine Monstrosität. Die fand ich ja auch immer cool. Da ist schon einer gestorben. Da haben sie schon einen niedergestreckt. Haha. So. Ja, da sind wir jetzt. Na gut. Gibt's nicht viel zu sehen. Dann kümmern wir uns jetzt wieder um die geilen Böcke. Ist das Leichstein-Vorkommen zufällig hier unten? Ja, natürlich. Oh. Ja, was willst du denn? Ja, was willst du denn? Oh, den kann ich auch noch abbauen. Da habe ich jetzt schon mal drei Leichstein-Erz bekommen. Und ihn kann ich auch noch abbauen. So. Gucken wir mal, wie viel wir dann insgesamt rauskriegen. So. So, nochmal neun Leichstein-Erz. Nochmal zehn. Also 13 Leichstein-Erz. Drei, neun. Und hier nochmal. Ein einziges. So, Worgen. Worgen, 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 Worgen. Da müssen wir uns jetzt vorbeischleichen. Obwohl das eigentlich überhaupt nicht geht. Weil diese Ziegel hätte mir auch gefallen. So, da sind wir schon wieder. Jetzt müssen wir nur noch hier die Worgen irgendwie loswerden. Oh. So. So. So, dann sind wir die Worgen jetzt los. Kümmern uns jetzt voll und ganz um die Ziegen. So. Kommt die Ziege auch noch mit? Ne. Hat keinen Bock. Die Ziege hat keinen Bock. Wortwitze, ähm, als hätte ich's irgendwie gelernt. So schlecht sind die. So, drei Stück. Kriegen wir die von hier hier. Ja, perfekt. Oh ja, dann wollte ich noch da drunter gucken. Stimmt. Also müssen wir wieder dort oben vorbei an, äh, 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 wie hab ich die genannt? Oh, was ist das denn? Draconeer. Aha. Das ist also ein, 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 ein Quest-Gegner. Ein Todesschwinges, äh, wir nennen es einfach Todesschwinges-Ruh. Todesschwinges-Ruh. So, dann hol ich mir da unten aber noch den, ähm, Flugpunkt. Naja, es wär eigentlich auch ganz, naja, logisch, weiß ich nicht, äh, aber hier sind ja eh überall Drachen. Todesschwinge sind Drache. Naja, alles verbrannt, Todesschwinge, äh, ja, wo, wo die aufschlägt, da kannst du eh alles, da ist eh alles, äh, da ist eh Hopfen und Malz verloren. So, da rein müssen wir nicht. Da vorne ist es irgendwo. Kann man sich als Jäger auch Hirsche zähmen? Müsste ich mal ausprobieren. So, was hat denn der hier noch für eine Quest für mich? Wahrscheinlich irgendwas mit Hirschen. Nee. Äh, folgt dem verängstigten Rabenbären. Zum Häuptling der Schwarzfedern. Aha. Solang es nicht der Häuptling der Rothäute ist. Müssen wir da rein, jo, genau. So, Häuptling. Kuka. Häuptling Kuka. Aha. Tobende, ähm, tobender Sturmjäger. Und Hirschgeweih. Okay. Darum kümmere ich mich. Makellose Adlerschwanzfeder. Naja, so makellos wird er jetzt auch nicht mehr sein. Haben wir eine. Tobende Sturmjäger. Müssen wir uns auch noch holen. Und dann halt noch, äh, Hirsche. So. Ich hab gesagt, wir schalten erstmal die tobenden Sturmjäger aus. So ungefähr. So, richter Teil. Sobald er genau hiermit anfängt, kommt mein, ähm, Hammer der Gerechtigkeit runtergefahren. Auf die niederen Geschöpfe dieser Erde. So, komm her, Adler. So, 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 so. Zack. Kriegen wir sogar zwei. Ja, nice. Und die Hirsche sind jetzt wahrscheinlich alle tot. Da hätten wir noch einen Adler. Ne, da ist sogar noch ein Hirsch. Cool. So, zack, zack. Und down. Kriegen wir nur eine. Ja, komm, den Sturmjäger. Helfen wir mal diesem Sammler der Schwarzfedern. So. Oh. Der ist ja wie im Schlaraffenland hier. Hier kommt, wo, hier kommt auch noch mit. So. Dann hau ich hier einen göttlichen Sturm nach dem anderen raus. Dann noch davon ein bisschen. Zack. Der, die Aschewelle darf natürlich auch nicht fehlen. Gut. Kommen wir so gerade an den dran? Ich glaube nicht. Nein, schade. Müssen wir darüber. Ach, der schläft gerade. Ja, dann lass uns den doch mal überraschen. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Warte mal. Das ist cool. Das ist sehr cool. Was ist das für ein Schwert? Würde mich jetzt mal interessieren. Ne, ich sag ja immer wieder, es lohnt sich auch bei mir zuzugucken. Bisschen Werbung machen, ist zwar, ist, nee, ist gar nicht mal so schlimm. Man darf doch mal für sich Werbung machen. Nur nicht halt andauernd und unter irgendwelchen anderen Channels, aber so im Großen und Ganzen habe ich doch nichts dagegen. So, dann gucken wir mal ein Hirsch. Genau. Was hat der gerade gemacht? Irgendein, irgendein Stampfer? Das Wort davor habe ich jetzt nicht ganz gelesen. Kriegen wir so zwei, kriegen wir sogar zwei davon? Oh, komm. Ach, war ich nicht schnell genug? Schade. Wir können ja hier eigentlich auch Archäologie mal machen. Wenn wir schon mal dabei sind. So, ich glaube, den Hirsch nehmen wir auch noch mit. Bietet sich gerade so schön an. Hüpf-Hüpf-Stampfer. Hüpf-Stampfer war's. So, komm, jetzt stirb doch mal. Okay, Hirsche haben wir alle. Jetzt fehlen uns nur noch diese Adler. Ups. Was finden wir hier? Archäologisches Fundstück der Dämonen. Und es gibt sogar ein bisschen EP. Oh. Wie angenehm. So, da drüben haben wir noch ein paar Adler. Moment. Jo, da haben wir auch noch einen Adler. Ach, perfekt. Komm, den schnappen wir uns gleich. Ach, und die Sturmjäger müssen wir uns auch noch holen. So, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Na, komm runter. So, so, so. So, dann haben wir die. Okay, das ist nur ein junger Sturmjäger. Oh, da müssen wir weit in die Richtung. Ungefähr so. Bisschen hier hinter. Noch ein Stück. Hier dürfte es dann sein. Genau. Dann kann ich ja mal schon mal gucken. Das wäre das hier. Ach ja, okay, da brauche ich, da brauche ich noch ein bisschen. Ups. Ja, okay, ich kümmer mich jetzt mal um die Tobenden erst. Nein, ich will doch, ich will doch. Nein, 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 nie, so ein Scheiß. Scheiße, dass ich den nicht erwischt habe. Naja, egal. So, haben wir dieses Fundstück hier oben irgendwo. Da haben wir auch noch einen Sturmjäger. Ja, genau. Hier in der Nähe müsst es sein. So. Das ist auch gleich in der Nähe. Komm, dann ziehe ich den mal mit. Wenn er denn rankommt. Gut. Nix da. So, und zack. Wo haben wir das denn? Dürfte auch gleich hier um die Ecke sein, genau. Hier ist alles so schön beieinander, das gefällt mir. Das ist bestimmt doch wieder hier, ne? Komm, jetzt machen, jetzt können wir das auch noch gleich fertig machen. Also dieses Archäologie-Fundstück-Ding, whatever. So. Darüber. Ah, bisschen zu weit. So. Nice. Haben wir noch einen Erfolg mitgenommen? Finde ich cool. Haben wir gut gemacht. Äh, was habe ich da bekommen? Zeichen des Betrügers. Ah, okay. Okay. So, dann haben wir das auch. Abgrabung abgeschlossen. Ausgrabung abgeschlossen. So rum. Dann können wir doch jetzt das hier... Reicht noch nicht ganz. Reicht noch nicht ganz. Gut, dann können wir uns jetzt wieder um die tobenden, äh, Sturmjäger kümmern. Da hatten wir ja hier vorne noch ein paar. Genau. Drei Stück noch. Ist jetzt nicht die Welt. Ich hoffe, der hilft mir. Der Sammler. Ne, er rennt einfach nur vorbei. Naja gut, soll er doch sammeln gehen. Arsch. Arsch. Tschüss. Tschüss.